haben die kammer als momentan gar nicht sehr vorteilhaft das war egal so ein Junge weg mit dir okay Gefangene befreien machen wir das doch wie haben wir denn jetzt schon in Summe überhaupt genau wir saufen nicht ab haben die hübschen Seeleute da wenigstens ein bisschen Kohle einstecken die sind ja alle arme Schlucker jetzt dann da gibt es einen der sich selber in Luft geackt hat naja so ich sag das ja der macht mich narisch mit seiner kann der nicht stehen bleiben geh runter jawoll echt mühsam ich sag das ich sag das ich sag das ich sag das Na ja, so geht es ja auch, würde ich sagen, oder? Einer nach dem anderen. Der einzige Nachteil, ich kann die nachher nicht plündern. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Schauen wir mal, was da war es hier. Oh, da sind viele Typen. Na, jetzt haben sie es gesehen. Na gut, kommt's her. Ha, ha. Fangt's mich? Catch me if you can. Oh, er hat mich sogar. Na gut. Ah, ha. So. Huh, das war knapp, hm? Aber wir sind ihnen entkommen. Bisschen die Energie wieder auftanken. Da schaut's, Freunde. Da sind eigentlich eh keine Gefangenen mehr auf dem Schiff, oder? Gibt's da noch welche? Da drüben gibt's jetzt noch Gefangene. Aber okay. Ja, wir dachten, da komm ich rüber. Egal. Da schwimmen wir uns alle, meine Leute. Was ist? Na? Kletter, kletter, kletter. Oh. Bis die nachschauen kommen, bin ich Gott sei Dank schön über alle Berge. Ach Gott. Nö, 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 nö. Da muss ich drumrum. Da mach ich den easier weh. Ah, geht sich das nicht aus? Na, und die schauen genau her da hinten, die zwei. Na, ich hätte eine andere Idee. Das Problem wird sein, die sehen mich da. Egal, wir probieren's. Nö, genau das haben wir vorgestellt, dass mich die da sehen. Na, dann machen wir das anders. Na, das funktioniert nicht so recht, wie ich's mir vorstelle grad. Warum ich den da nicht mit einem Attentat ausschalten kann? Ich probier's jetzt einfach noch einmal. Pfeifen kann ich da leider nicht. Ja. Sehen du da mich, aber... Ich bin da nicht. das es an der warte endlich drauf geht warum sind schon zehnmal die klinge rein gefüllt Komm, gib jetzt endlich einmal Ruhe. Das meine ich, den habe ich doch gerade ärgstens hergerichtet, den Typen. Und zwei Sekunden später steht er schon wieder hinter mir. Naja. So. Der nächste. Oh, oh, oh. So. Das war doch doch zu blöd, wenn das jetzt jedes Mal nicht gescheit klappt. Da stehst du genau unter ihm und geht kein Attentat. Wo ist denn der Typ wieder? Fangen, dann sind auch da oben noch. So. Ach, einer, der wird im Ausguck oben sitzen. Den hole ich mir jetzt auch noch, den Vogel. So. Da. Gut. Hey, 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 lästig, diese Typen, kann ich dazu nur sagen. Echt lästig. Aber wurscht, jetzt holen wir uns. 14 von 18 haben wir schon. Da unten geht es weiter. vor dem Ich gehe laschen. Ich gehe laschen. Es ist eine уст. Lass sein. Es wird nichts passieren. Wir w können uns Like. B제hen. Dezure du überhaupt nicht Here? Ah, Junge, du nervst. Irgendwo ist da noch einer, so, wieso rennt der wieder vorbei, der hätte auch ein Doppelattentat machen sollen. Die Kamera ist wieder einmal sehr günstig. So. Ja, Freunde, ich mache mit euch da jetzt in Zukunft kurz einen Prozess. Ich spüre mich da nicht lange mit herumschleichen, sondern drauf los und tschüss, weil ihr nervt. Oh, da hängen sie alle rum. Wir gehen an Deck. Okay, Wachen von hinter einer Ecke töten habe ich noch nicht. Oh. Was machst du denn? Na, haben wir doch schon, Freund. Da ist noch einer. Naja, das wollte ich zwar nicht, aber da oben gibt es eh keinen. Okay. So, ja, wie gesagt, kurzen Prozess machen. Ja, wo gibt's da auch eine Ruhe? So, blündern will ich sie. Okay, so, endlich, ja, ich glaub, wir haben endlich das Schiff. Das war doch der Käpt'n, oder? Der muss doch ein bisschen mehr einstecken haben. Alle an Bord, Leute! Dingen könnt ihr bei eurem Begräbnis, ihr Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest, ein Teil zum Fogmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Mach doch diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Feuer! So. Wir sitzen in der Klemmi hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Legge nach Feuerheit! Halt die Kraft! Bereit machen wir aufschlag! Wir werden da ein bisschen hinter mir. Used!